Der Boxung ist jetzt noch kurz durch. Yo, Ladies, was geht? Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein, was hier wohl noch drin ist. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein, was hier in diesem Labyrinth sein kann. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein, was hier in diesem Labyrinth sein kann. Stür! Haben wir es jetzt? Danke. Ah ja, kann ich da wischen. Okay, gut, von mir aus. Ach, das ist der Opa, das Ding. Okay. Lauf erstmal hier lang. Oh, ne Kiste. Auf jeden Fall müssen wir nochmal hin, da war es so ein Heimteil wieder, ne? Mit älter Magie und so. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Was? Was ist das Mischfee? Ach süß, nochmal so eine. Ach ja, du Opfer. Das ist also der Flüchtling. Das ging daneben. an oder? Oh mein Gott. verflucht ihr die ganze Klinge aus Bermash. Aua! NOOOOO! War zu greedy! Fuck! Das ist also der Flüchtige. Ja, ja. Uh! Arresto, Momentos. Cool, Zio. Dippendo. Dippendo. Con Fingo. Ja, beroll dich doch. Flippendo. Arresto, Momentos. Turzio. Verstritten. Defindung. Lazio. Zio. Vendor. Risen. Draper. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Du-W-W-W-W-W-W. Du-W-W-W-W-W-W-W. Dippendo. Du-W-W-W-W-W-W. Du-W-W-W-W-W-W-W. Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Meine Fresse! Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Meine Fresse! Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Ja, ich gebe auch her. Meine Blüte! Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Ja, ich gebe auch her, dass die Teufel von der Ausweich wird, oder? Wo das wohl ist? In der Kiste, wo denn sonst? Junge, 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 ich will hier raus! Widerliche Mischviecher! Ah, da vorne war das andere, wo ich hin wollte! Das ist mit alter Magie da, ne? Warte, ich bin ein Spinner von der Ausweich! Wer kann jetzt mal betreten, oder? Still verpackt, du Flipperhaus! Alah ! Wo? Trinktung, Rivellion. Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Hä, wo wisch'n du? Achso. Du magst besser sein als die meisten Schüler, aber nicht besser als ich. Schade, dass das niemand gesehen hat. Na, ist immer froh, immer peinlich. Kann ich hier nicht landen? Mistfieh. Ah, da ist eine Kiste. Na gut, ich bin keine Hochleitung von mir aus. Ich würde sagen, hey Junge, es gibt keine andere Möglichkeit. Es geht auch noch. Ach, spring doch. Ach, eine kleine Spinne. Der labert eigentlich der ganze Zeit. Ist doch irgendwie Idiot oder drüber. Keine Ahnung. Äh, da warte mal lang. Ein Schloss? Das muss mal sehr pumpvoll gewesen sein. Schloss? Wo? Ja, kurz Flugmodus. Reveilio. Contringo. Mhm. Detreusung. Mhm. Accio. Reveilio. Ja gut, keine Ahnung. Äh, da warte mal lang. Ach, bla, Vogel, nein. Der ne, Mama, alter. Haben wir doch schon drin? Spinnhöhle. Hat sonst wird angezeigt. Mir geht es auf unserer Quest. Hui, raus auf den Boden der Wald. Yay. Ach, achso, Quatsch. Ja, ja, ja. Darf man sich erstmal zurückzunehmen? Das stimmt. Das Erbstück zu Edgar zurück. Da kann man doch gerade ausfliegen. Das ist so eine Diskriminierung, du. Wir können das so schön abkürzen. Das ist so, nein. Der Schnitt. Magischer Schutzwall. Für dumme Schüler. Ja, echt zum Kotze. Aber jetzt haben wir Gruzio. Das ist schön. Und vor allem, dass verfluchte Gegner jetzt gleich viel Schaden erleiden. Ach, traumhaft. Spart halt echt Zeit. Öde, im Grunde, unseren Damage per Second. Das Flug einsetzen. Ach, wirk. Machen wir da wieder auf Eisenbahn. Schütt, schütt. Schütt, schütt. Schüler gestorben, weil er meine bei Eisenbahnen Zugang geben. Tot. Okay, weil wir das war. Ist auch ein bisschen riskant. Stehst du da dran, ne? Wobei, vielleicht ist das Ausweichmöglichkeit. Vielleicht ist es wie so ein neuer Trend bei den TikTok-mäßig oder so. Ach so, halt. Da müssen wir hoch. So, Schatzi. Mr. Adley. Ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Auf. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Diebstahl. Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ja, die Stott. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, kein Ding. Ja. Das war gar nicht so einfach zu bekommen. Habe ich mir keine Belohnung verdient? Ich, äh, natürlich bezahle ich sie gerne. Aber ich habe nicht viel. Ich versprach, für alles aufzukommen, was Milos Tochter braucht, um eines Tages nach Hogwarts zu gehen. Dann geht das in Ordnung. Hier ist das Erbstück. Ja, das ist okay. Danke. Ich weiß, dass Milos Tochter sich über sie freuen wird. Ah, jetzt können wir auch kaufen, bei dem ist ja schön. Das verkaufen sie hier. Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an nun erinnert. Kein Wunder, da hat er nichts. Ah, ich fülle immer gerne meine Vorräte auf. War mir ein Vergnügen. Sollen wir noch so einen Platz haben, ne? Ah, danke für den Besuch. Hat mich gefreut, Geschäfte zu machen. Ja, ja, passt ja. Reveilion. Sehr schön. Gibt's hier noch ein Dorf in der Nähe, wo man noch nicht warnt? Ja, ja, und da ist... 86 Meter, ja, gut, okay, da kann man grad hinlaufen. Weil, mehr Elementarplätze sind, mehr Elementarplätze. Bäh, tot. Ich weiß, was das bedeutet. Ja, ich glaube, jetzt mach Scheiße auf den Allianz, Alter. Nö, müssen sie sich ein Scheiß-Kugeln finden. Eine Mutter ist so eine Kugel. Mitkommen. Alter, ist es schon. Floorfliegen, so. Da ist es. Das ist ein Spinn. In Südamisch. Die kam keine Sekunde zu früh. Wirk, bleh. Reveilion. Was sind die Scheiß- Ach, da drüben. Ach, hier. Mitkommen. Tü-tü-tü-tü-tü. So. Reveilion. Scheiße, hier muss ich noch mal was rein, oder? Ja. Ah, da ist noch eins, okay. Dann müssen wir nur schauen, wo die Bolzen sind. Äh, ich glaube, da haben wir es schon. Ach, hier. Mitkommen. So. Gehen wir euch. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Dann denkst du, Junge, Junge, ey. Der macht echt so ein Vollidiot, macht die ganze Rätsel. Er ist so ein Depp. Rollt uns wahrscheinlich jetzt nur damit. So. Reveilion. Da drüben war der Möchtegern-Zuperheld. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Hä? Ah, wir müssen in die Höhle rein. Da ist der da drin. Nee. Nimm mal einen Sturzüberlebter Penner. Muss man auf der Puh drücken. Was sind wir? Jetzt hopp, mach ich nicht. Hab nicht ewig Zeit. War ich gerade nicht fast dran. Glaubt, dass mein... Da... Da... Da waren wir doch schon mal drin. Hä? Achso, Quatsch. Falscher Zauber. Ach, ich bin auch blöd. Ach, okay. Jetzt. Das sollte ich untersuchen. Echt? Wir waren hier noch eine drinne? Ich glaube, wir haben eine Gegend oder nicht. Ah, okay. Das ist ja klar, dass vieles. Äh? Ach, die Träue! Ich habe die Kiste mitgenommen gehabt, das war's! Oh mein Gott, wurde mir das so ein Totdinger ange... Ja! Ich check's nicht. Ist das ein bisschen dunkel? Na, jetzt mach's uns die Scheiße weg. Ja, warten, bitte, danke! Reveglio! Hm, wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Hallo, Mora! Hallo, Mora! So, wunderbar! Demi-Guys! Du gehörst mir, Demi-Guys! Sag ich doch! Weiß die Frage, was hier los ist, ich breche einfach bei Ihnen ein. Ist mir egal. Und ich geh auch einfach wieder, ne? Hab sie beklaut, im Grunde. Ich habe es schwer, der einreicht, aber ich werde sie umlegen. Bisschen haben wir hochglitschen, muss man nicht mal. So, da hat mir hier aber alles in dem Dorf. Na? Dann gehen wir mal in den Deskdorf. Schauen, was das abgeht. Jut, jut! Bist du schon jetzt wie bei der Eisebahn-Spieler, oder? Oder? Wer hat das noch ein Butterfly? Ach, komm, werden wir schon mal da sind. Sind die? Komm, schneller, schneller! Ja. Ja. Mhm. Ja. Schön. Woher dann hin? Gibt es das noch, bevor ich in Altersrönde gehe? Kines. Sag mal! Jahrh Society. So. Wie haben wir es bekommen? Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü... Dütü-dü-dü-dü... Wunderbar! Nur ein paar Füchse. Alles gut. Ah, ist ein Haufen Sachen noch zu entdecken. Ich will erstmal zum Dorf. Man scheint so eine Quest zu geben. Folterer einen brennenden Gegner. Hallo. So, schnell Reisepunkt erstmal. Was muss man brauchen? Sehr schön. Eine Quest, zwei Quests. Da ist ein Demi-Scheiß. Ich rasch aus. Und Schloss Level 500. Oh ne, kommt sogar Knall. Jetzt kommen wir durcheinander. Warte, so. Ich verwirrte mich in meinem Kopf. Ja, da war gerade noch was. Ich hab's gehört. Ich glaub, du bist draußen. Ja. Ja, lass mir mal raus. Ja, da ist es. Hallo? Reveilion. Reveilion. Jetzt. Verzauberte Vogelscheuche. Diese schämische und reinblinkende Vogelscheuche wurde von langer Zeit verzaubert, im Garten zu bewachen und Krähen abzuwerben. Jetzt belächtigt sie jedoch die Gärtner, indem sie sie bei der Arbeit beleidigt. Du Bastard. Du Stück Scheiße. Bäh. Na, du Stück Scheiße. Na, ne, aber klar. Schloss Level 2. Erstmal Holzack auf den Schock. Okay, da ist ein Händler, ein Questgeber. Kurz zu gerne machen. Dein Händler. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Ich bin der Halbwegs 6 und 4. Und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020